Hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu keiner neuen Folge Rocket League, die Server lag momentan und ich habe auch tatsächlich gerade ein 30 Minuten Video aufgenommen, aber ich habe mich dagegen entschieden das hochzuladen. Ich möchte erstens nicht so negativ gerade sein und zweitens denke ich kann man das vielleicht ordentlicher als einzelnes Video mal dann hochladen, weil das nicht nur Rocket League betrifft, was ich da angesprochen habe, auch wenn Rocket League der Auslöser war und es größtenteils um Rocket League ging. Aber und bevor ich mich gefragt warum es ging, es ging einfach nur darum, dass ich relativ müde von dem ganzen Mist in Anführungsstrichen bin, also Server lags und Mikrotransaktionen und so ein Zeug. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren, ich möchte gerade nicht so negativ sein und kommen wir zu dem, warum das Video aber trotzdem gemacht wird, auch wenn ich keine Runde zeige, weil es halt wie gesagt leider lag momentan seit den Serverarbeiten. Und zwar kommt ein DLC Pack, das Jurassic World. Und wie ihr gesehen habt, ist das ein neues Auto und das neue Auto hat auch eine eigene Torexplosion. Und ich finde die Torexplosion ist sehr, sehr cool, das muss man wirklich sagen. Ähm, ja und das war eigentlich das, warum ich das Video jetzt trotzdem noch machen wollte, weil ich möchte euch gerne darüber informieren, weil ich ja viel Rocket League bringe. Ich bin zwar ehrlich gesagt sehr zwiegespalten, ich möchte eigentlich nicht, aber das baut halt auch das Thema auch auf, dass die diese Werbung kriegen für dieses Carpack und sonstiges, weil das Geld anscheinend nicht anständig genutzt wird. Und ich möchte das eigentlich nicht unterstützen, aber nichtsdestotrotz, es ist mir wichtiger, euch zu informieren, was denn kommt. Ich meine, ihr müsst selber wissen, ob ihr das Geld ausgeben wollt, auch wenn ich froh wäre, wenn ihr das nicht tun würdet. Aber, ähm, deswegen lieber hier die Information für das Carpack und Jurassic World, das Carpack kommt am 18. Juni raus. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Release vom Film ist, weil ich der Meinung bin, dass bei uns der, ähm, diese Woche anläuft. Also ich war der Meinung, dass ich für Freitag gefragt wurde, ob ich den gucken gehen will. Aber, naja, das kann ich nicht beurteilen, ob das vielleicht einfach mitten nach Release oder in Amerika ein anderer Release ist, kann ich nicht sagen. Ähm, oder ob ich mich vertan habe bei uns. Und dann wollte ich noch eine kleine Sache ansprechen, bevor ich mich dann verabschiede. Und zwar, ähm, hatten einige geschrieben, dass ihre Placements besser ausgefallen sind als meine und sie viel niedriger eingestuft worden sind. Also beispielsweise Silber oder so. Und das liegt daran, also ich erkläre das zwar jedes Mal, aber es liegt daran, dass, ähm, die letzte Season, das, was ihr zum Schluss wart, nicht das Höchste, das Höchste ist nur für eure Belohnung interessant. Aber das, was ihr zum Schluss wart, von dieser Ehele aus kriegt ihr ein Soft-Reset. Ein Hard-Reset wäre, wenn jeder bei Null anfängt, aber das machen die nicht, weil das ja dann sein könnte, dass ein Bronze-Spieler gegen einen Grand-Champion-Spieler oder so spielt. Und das ist ja, ich schon, also selbst Bronze gegen Gold ist schon andere Welt. Mit Silber weiß ich jetzt nicht. Also eine Liga, könnte man ja sagen, kann man noch gewinnen. Ähm, aber zwei Ligen ist, ab da ist schon Schüssen, das wäre jetzt ziemlich krass. Ähm, und davon abgesehen, selbst wenn es ein Hard-Reset gäbe, wie soll man das mit zehn Placement-Matches machen? Es gibt sechs Ligen von Bronze bis Champion, wenn wir Grand-Champion weglassen. Ähm, und diese sechs Ligen sind auch nochmal in vier Divisionen unterteilt. Das heißt, ähm, was soll man machen? 10-0 ist dann Champion 3 oder, äh, Division 4. Ach, es gibt ja Champion 1, 2, 3 noch. Fällt mir gerade ein. Ne, Moment. Boah, ich bin gerade voll drunk. Moment mal. Es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht nur Diamond 1. Oder habe ich gerade Mist? Egal, weil ich gerade labere, ey, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Entschuldigung, durch das 30 Minuten Video. Auf jeden Fall, es gibt so viele Divisionen, in die man eingeteilt werden kann, das kann man gar nicht hinmachen. Du kannst nicht sagen, 10-0, Champion 3, 9-1, Champion 2 und so, das, das, das geht ja nicht. Also deswegen gibt ein Hard-Reset schon gar keinen Sinn. Und es wird halt geguckt, was wart ihr gegen Ende. Und davon aus geht ein Soft-Reset. Und wenn ihr dann 9-1 spielt und ihr wart vorher Silber 2, dann werdet ihr wahrscheinlich irgendwie so auf Silber 3 eingestuft, schätze ich mal. Vielleicht noch mit ganz viel Glück Gold 1. Aber ja, deswegen kann ich mit 5-5 oder 4-6 oder 6-4, was ich auch immer gespielt habe, dann auch auf Champion kommen. Auch wenn andere vielleicht 8-2 oder so gespielt haben. Wenn die dann auf Silber eingestuft werden, dann wart ihr wahrscheinlich letzte Season gegen Ende Silber. Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, und so wird das wahrscheinlich immer auch in Zukunft funktionieren. So hat es in der Vergangenheit immer funktioniert. Ich glaube, es gab einen einzigen Hard-Reset und selbst da bin ich mir nicht sicher. Aber die gibt es generell selten in so Online-Spielen, weil halt ansonsten die Skill-Ränge aufeinandertreffen, das nicht fair wäre. Und das ist auch doof für die Leute, die gut sind in dem Spiel, noch den extra Zeitaufwand aufzuwenden, um hochzukommen. Weil die fangen ja dann auch ganz unten an und dann stompen die die ganze Zeit, haben auch keinen Spaß, aber es nimmt einfach nur Zeit weg, bis sie dann auf ihrem Level sind, wo sie dann erst wieder anfangen, Spaß zu haben. Also ich meine, gut, es gibt Leute, die haben daran Spaß, Leute fertig zu machen, die ihnen nicht ansatzweise gewachsen sind. Aber den Großteil macht das, glaube ich, keinen Spaß. Ja, das dazu als Erklärung, warum ich mit 5.5, sage ich jetzt einfach mal, auf Champion 1.1 oder so eingerankt wurde. Und ja, dann bedanke ich mich für's Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!